Eine Cine-Optik für 1.100 Euro. Sie kommt von Maike und das ist nicht meine neue Freundin, sondern ein Objektiv, das wir gerade so etwa sechs Wochen im Produktionseinsatz drin hatten und mit dem relativ viel gearbeitet haben. Und es gibt es für verschiedene Mounts, einmal für L-Mount, so haben wir es jetzt im Moment, dann gibt es das noch für EF, für RF, also die beiden Canon. Es gibt es noch für die Sony E-Mount und PL. Damit haben wir, glaube ich, eine Bandbreite, die schon ziemlich im professionellen Segment liegt und ob es dann tatsächlich eine professionelle Qualität abliefert, das könnt ihr jetzt sehen. Und nicht zu vergessen, ihr könnt es natürlich nachlesen, in der Videoaktiv 3 2021, die ab sofort am Kiosk liegt und in der wir das Objektiv im Praxistest nochmal sehr ausführlich beschrieben haben. Was machen eigentlich Cine-Optiken für einen Sinn? Na ja, sie sind in jedem Fall mal mechanisch, sie kommunizieren mit der Kamera nicht. Man sieht es ganz einfach daran, dass man hier unten keinerlei Kontakte hat. Was ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser Optik ist, ist, dass der rote Punkt hier unten ist und das ein bisschen schwierig ist. So am Anfang erwartet man den halt immer auf der Seite, aber gut, kann man sich daran gewöhnen. Besonderheit ist, ist ja eine Festbrennweide. Es gibt auf Dauer ein ganzes Set. Vier Stück sind schon angekündigt, das ist die 50 Millimeter Optik, aber alle werden genau dieselben Abstände haben. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man sie dann in einem Cage einsetzen kann und mit einem Follow-Focus betreiben kann und die Optiken austauschen, ohne dass man große Montageaufwände hat. Warum sind die mechanisch? Ganz einfach deshalb, weil hier der Fokusgang, der hat hier über 300 Grad, 320 sind es und das ist natürlich perfekt, um ganz sanfte Schärfeverläufe hinzubekommen. Wir haben das bei einem Dreh in der Praxis ausprobiert und das wohlgemerkt damals, weil auf die Schnelle ganz ohne Follow-Focus, sondern wirklich mit der Hand. Was ihr jetzt seht, das ist eine schärfe Verfolgung. Der Marius verfolgt nun meine Füße bis in die Nähe per Hand ohne Follow-Focus. Wir haben das schon ein paar Mal jetzt gemacht und einmal habe ich es nicht richtig gemacht und einmal der Marius, aber dieses Mal bewege ich mich an die 60 Zentimeter ran und Marius stellt jetzt bis auf die Nähe scharf und ihr seht, die ganze Sache funktioniert auch nur mit Hand sehr ordentlich. Bei der Verarbeitung von Objektiven, da ist es immer natürlich sehr schwer, was auf Dauer zu sagen, weil ob der Gang, der jetzt im Moment so sanft läuft und sich so schön drehen lässt, auch noch in fünf oder acht Jahren so ist, das können wir halt erst in fünf oder acht Jahren sagen. Wir haben die Optik jetzt hier zwei Monate im Einsatz gehabt. Wir finden, dass die Verarbeitung tipptopp ist. Wir haben eigentlich damit überhaupt keine Probleme. Das einzige, was man vielleicht festhalten kann, ist, dass ein Lens-Flair, der dann irgendwann entsteht, eher unschön aussieht. Die Optik ist mit einem T 2.1 sehr lichtstark, hat natürlich ebenfalls manuell die Blende steuerbar. Braucht man also eigentlich auch noch mal ein Follow-Focus oder eben entsprechend ein Servo zum Steuern. Ja, das Ganze funktioniert sehr schön. Der Bokeh, der überzeugt mich ziemlich. Damit man ein schönes Bokeh bekommt, brauche ich natürlich offen Blende. Dazu bin ich bei lichtstarken Kameras auf einen ND-Filter angewiesen. Der ist natürlich nicht integriert. Warum auch? Ist eine Cine-Optik. Das Filtergewinde vorne drauf ist ein 82er. Wir haben Rechteckfilter mit 100 Millimeter verwendet und entsprechend eine Halterung von Rollei. Und ja, damit haben wir gute Ergebnisse erzielt und die zeigen wir euch einfach mal. Wir haben euch jetzt gezeigt, wie die Maike Optik arbeitet, was wir in den letzten Wochen mit der Optik gedreht haben und wie sie funktioniert. Was wir jetzt noch als Schmankerl haben, das ist die Aufnahme mit Bokeh. Ihr seht im Hintergrund den Yachthafen auf der Insel Reichenau und die Lichtpunkte da hinten, die sind natürlich im Normalfall nicht rund, sondern die sind so rund, weil Maike Elf Lamellen einbaut und damit tatsächlich ein sehr rundes Bokeh hinbekommt. Ich finde es sehr schön. Das könnt ihr jetzt selbst beurteilen, ob ihr es auch schön findet. Was ihr aber in jedem Fall jetzt machen müsst, ist mir einen Daumen hoch geben und vergesst einfach nicht ein Abo auf dem Kanal da zu lassen und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.